Wenn man jemals unsere Geschichte erzählen wird, so sollen sie uns an unseren Taten messen. Doch wie wird die Welt später auf unsere Mühen blicken, als wir danach streben, die Menschen unserer Zeit aus der Dunkelheit zu entrücken? Durch sie allein konnten wir unser Werk vollenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017